Also dritte Disziplin bei den Strong Women. Jetzt geht es auf eine Überkopfdisziplin. Das heißt, der Oberkörperkraft wird gefordert. Schultern, Trizeps, Oberarme. Baumstammstämmen heißt die Disziplin. Nicht ganz einfach für die Mädel, weil der Baumstamm hat 32 cm Durchmesser. Ist zwar kein Baumstamm, sondern eine Plastikruhe, weil das ist einfach besser ausbalanciert. Man kann besser auf Rekorde gewinnen. Die Frauen können wählen zwischen 35 und 50 kg. Noch ein 50 kg über Kopfstemmen, das ist schon so eine dreiviertelte Waschmaschine. Finde ich jetzt für eine Frau schon ganz stark. Wir werden sehen, wer hier die Stärkste ist. Eins, zwei, völlig ohne Beine, drei, vier, sehr stark, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 30 seconds, elf, zwölf, 13, 20 seconds, 13 wiederholungen, 14, 10 seconds left, 14 wiederholungen, 14 reps. 3, 2, 1 und 3. 15. 15. 15. 4, 5, 6, 40 Sekunden. 7, 8, 35 Sekunden. 9, 30 Sekunden. 10, 25 Sekunden. 11, 20 Sekunden. 15 Sekunden. 12, 10 Sekunden. 13, 8 Sekunden. 13, 8, 9, 10 Sekunden. 13, 9, 10 Sekunden. 14, 10 Sekunden. 14, 10 Sekunden. Wahnsinn, wahnsinn. 14, 40 Sekunden. 15, 35 Sekunden. 16, 30 Sekunden. 15, 20 Sekunden. 15, 20 Sekunden. 15, 20 Sekunden. Noch 5 Sekunden 3 2 1 Vielen wiederholen wir Ihnen die Wertung für die Maria Kubikoffer